Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die transkutane Schrittmachertherapie mit dem Corpus 1. Diese findet Anwendung bei bradykaden Rhythmusstörungen. Über die Indikation findet ihr mehr in euren lokalen Standards oder in den Guidelines. Zunächst solltet ihr einmal überprüfen, ob euer Corpus 1 die Zusatzfunktion der Schrittmachertherapie hat. Das erkennt ihr ganz einfach, wenn ihr vorne aufmacht und überprüft, ob die Funktionstaste oben rechts vorhanden ist. Bei der Schrittmachertherapie nutzen wir die Corpatch Easy Elektroden. Damit diese optimal haften, muss ich mir den Patienten natürlich auch vorbereiten. Hierzu zählt neben der kompletten Entkleidung des Patienten natürlich auch das Abtrocknen oder das Rasieren von Brusthaaren. Wenn ich den Dämonbrotes nutzen möchte, muss ich vorher auch noch ein Monitor EKG etablieren. Schauen wir uns doch jetzt die Platzierung der Therapie Elektroden am Patienten an. Bei diesen Patienten haben wir uns für die Klebeweise anterior posterior entschieden. Im Vorfeld haben wir ihn schon vorbereitet mit einem Monitor EKG. Varina, sei doch bitte so gut und reiß mir die Elektroden auf. Als Landmarke für die Positionierung der vorderen Elektrode dient uns einmal das untere Stern um Drittel in Höhe des fünften Interkostalraums leicht nach links versetzt. Um die hintere Elektrode zu positionieren, müssen wir uns zunächst Zugang zum Rücken verschaffen. Wir hatten hier die Möglichkeit, den Patienten auf die Seite zu drehen oder wie wir, den Patienten einmal aufsetzen zu lassen. Als Orientierungspunkt für die hintere Elektrode dient uns der Unterrand der Schulterplatz, links neben der Wirbelsäule. Beim Aufkleben bitte darauf achten, dass die Elektrode flächig aufliegt und es zu keinen Lufteinschlüssen kommt. Neben der Antio- und Posterion-Klebeweise sind natürlich auch alle anderen gängigen Klebeweisen zulässig. Nachdem wir die Therapie Elektroden nun positioniert haben, wollen wir natürlich auch die Therapie starten. Hierzu rufen wir uns die Schrittmacherfunktion auf. Wir bekommen nun noch einmal den Hinweis auf die empfohlene Elektrodenposition. Die haben wir ja bereits angebracht, das heißt, wir bestätigen das und sehen nun das Schrittmachermenü. Ganz links könnt ihr sehen, dass wir uns aktuell im Demand-Modus befinden. Das ist der Schrittmachermodus, in dem das Gerät automatisch startet und an dem wir das weitere Prozedere jetzt auch zeigen wollen. Wenn ihr das Ganze auf den Fixmodus ändern wollt, könnt ihr das tun, indem ihr hier unten auf Modus klickt. Ganz rechts seht ihr die voreingestellte Frequenz von 70 pro Minute. Diese wollen wir jetzt hier auch so belassen. Um mit der Therapie zu beginnen, müssen wir jedoch die Intensität verändern. Das machen wir, indem wir hier unten Intensität wählen und diese dann über die beiden Pfeiltasten nach oben und unten regulieren können. Ob man jetzt hierbei von oben nach unten anfängt oder von unten nach oben, unterliegt regionalen Standards. Wir haben uns hier jetzt für das Vorgehen von unten nach oben entschieden. Das heißt, wir erhöhen die Intensität nach und nach. Sobald ich diese verändere, beginnt das Gerät auch automatisch mit der Therapie. Erkennen kann ich das sowohl an den Rautensymbolen in der Ableitung als auch am Stimulationssymbol am Anfang. Das Ganze mache ich jetzt, bis auf jede Raute auch tatsächlich ein QRS-Komplex folgt. Sobald dies der Fall ist, haben wir ein elektrisches Capture. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass das nicht unbedingt einen mechanischen Auswurf bedeutet. Das heißt, wir müssen jetzt einmal beim Patienten den Puls tasten. Im Idealfall erfolgt das nicht an den Karotiden. Je nach regionalen Vorgaben empfiehlt es sich auch, die Intensität nochmals um 5 bis 10 Milliampere zu erhöhen. Für die Schrittmachererkennung bzw. Schrittmachertherapie im D-Mark-Modus wird zwingend die Monitor-EKG-Ableitung 2 benötigt. Sollte diese Ableitung zum Beispiel durch eine lose Elektrode immer verloren gehen, wird zunächst die Schrittmachertherapie unterbrochen und es erfolgt ein akustischer und optischer Alarm. Wenn wir innerhalb von 10 Sekunden dieses Problem wieder beheben, wird die Therapie automatisch weitergeführt. Außerhalb dieses Zeitfensters müssen wir die Therapie bzw. die Stromintensität neu anwählen, um die Therapie fortzuführen. Ihr habt auch jederzeit die Möglichkeit, die Therapie einmal temporär zu unterbrechen. Dies könnt ihr hier mit Pause. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage und nun ist die Therapie unterbrochen. Um sie fortzusetzen, wieder hier fortsetzen und wieder starten. Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, während der laufenden Therapie in den Monitor-Modus zu wechseln. Hierfür einfach erneut die Schrittmacher-Taste betätigen. Die Therapie wird hierbei nicht unterbrochen, was man auch erkennen kann an den nach wie vor bestehenden Rauten sowie dem Stimulationssymbol am Anfang. Wir hoffen, dass auch diesmal das ein oder andere Interessante für euch mit dabei war. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch hinterlassen, schreibt was unten in die Kommentare und hinterlasst ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschau! Raus!